Hi und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Phasmophobia mit Akarin und mit Knallern. Wir haben gar keine Zeit. Hallöle. Hi. Wir müssen mit Räucherstäbchen hantieren. Wir müssen dreckiges Wasser fotografieren. Geist mit Kurzifix ein bisschen ärgern. Helen Johnson alleine. Wir gehen schon mal vorn. Ja, viel Spaß. Danke, wenn wir... Schönen guten Tag, Helen Johnson. Wir sind da. Wir möchten Sie begrüßen. Dankeschön, dass Sie uns empfangen. Wer ihn direkt wieder triggern muss, ne? Wahnsinn. Immer. Also in der Garage ist die Sicherung. Bei mir hier oben höre ich permanent Schritte und... Der drückt die ganze Zeit die scheiß Spülung. Ist nix. ... ... Die Tür war doch hier vorne, oder? Hier, hier, hier war ein Kratzer, hier ist er in diesem Raum, EMF2. Hinterhalte mich derweil wieder mit ihr. Der ist Haus, der war Raum. Cameron John. Warte, Cameron John. Komisch. Ja, sie heißt so. Heute hat er echt Mut gestückt. Nee. Wir haben schon EMF5. EMF5? EMF5 und Buch. Jawohl. Wir haben welche Lampen? Was? Wir haben EMF und Buch. EMF und Buch, sagt er. Alles klar. Ich hab mal eine Kamera, schicken wir noch ein Bodo. Was kann das sein? EMF und Buch. Revenant, Shade, Uni. Revenant, Shade, Uni. Revenant, wäre doof. Ja, das wäre doof. Siehst du Orbs? Keine. Ich bin nur eine Schlammung vor der Kamera. Ich frag mich, ob die Kamera zu schlau kommt. Weiß ich nicht. Ich geh mal die Sicherung rein machen. Ich geh mal die Sicherung rein machen. Ich geh mal die Sicherung rein machen. Helene Johnson, bist du hier? Okay, ich geh also Box. Können wir mittlerweile ausschließen? Was können wir ausschließen? Box, die Antworten darauf nicht sein. Einer von euch kann sie noch mal versuchen. Achso, halt. Ich bin schon auf. Ich bin schon auf. zwei bis zehn. bey auf hvis sies. Also Box? Ja, Box. Es ist ein Uni. Das geht viel zu schnell. Was stimmt heute nicht? Ne. Räucherstäbchen. 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 Gut. Und Waschbecken. Räucherstäbchen. Was hab ich denn mit? Und Kruzifix. Den nehmen wir mal. Den schmeißer weg. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir noch ein Räucherstäbchen mit. Ja? Kannst du dann nochmal anzünden. Echt? Noch eins? Ne. Ich bring Akarin noch eins mit. Sicher. Sicher. Kann er zwei machen. Lieg dir das hier oben drauf. Ja. Jo. Hast du Wasser dreckig gemacht? Das könnte es aber klappen, weil hier ist direkt ein Badezimmer. Ja. Ja. Aber ist nicht. Helen Johnson. Zeige dich. Helen Johnson. Ich weiß, dass du hier bist. Zeig dich. Alles klar. Ich bin da nervig. Helen Johnson. Wenn du hier bist, dann zeige dich. Nein. Helen Johnson. Nicht das Rad, Junge. Junge, Junge, Junge. Die macht einen Krach. Zeige dich. Kann mal einer von euch Salz holen und hier hinlegen, wenn man das fotografiert? Gibt das noch extra Punkte? Ich hole. Danke. Da kannst du auch gucken, ob das funktioniert dann mit dem Dings. Mit dem, äh... Zeige dich. Äh, mit dem... Ausräuchern. Oh, Helen Johnson. Oh, Helen Johnson. Weiche Stäbchen hat funktioniert. Allein. Zeige dich. Ich bin noch unten drin. Helen Johnson. Keine Ahnung. Zeige dich. Hier ist kein Wasser dreckig. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Danke. Bitte. Es funktioniert nicht. Helen Johnson macht das Radio an. Helen Johnson macht das Licht aus. Oha. Hör doch. Helen Johnson macht das Licht an. Ich hab mir mal Schlüsse geklaut. Helen Johnson macht das Licht aus. Hier gehen die ganze Zeit Türen offen zu. Hier macht ihr die ganze Zeit Türen offen zu bei mir. Helen Johnson macht das Licht aus. Aktivität auf 9. Helen Johnson zeige dich. Helen Johnson, gib uns ein Zeichen. Was ist das im Keller? Du bist nicht alleine oben. Hoppla. Ich hab mir ne Kamera geholt. Ich komm grad rum. Ich bin eh oben. Helen Johnson. Zeige dich. Oh, seltene Aktion. Cool. Helen Johnson. Komm rein. Raus. Rein. Raus. Wenn ihr zum Beispiel Licht an und aus macht, mach ein Foto von jetzt nicht mehr. Aber ich hab schon, das ist ja jetzt Interaktion und gibt auch extra Punkte. Okay. Wie muss ein Zeichen? Auch wenn ihr vielleicht ein Buch schreibt, durch Salz läuft. Ja. Helen Johnson, ich weiß, dass du hier bist. Zeige dich. Oh, das ist kurz zu fix sein. Das ist weg. Die Mission müssten wir jetzt haben. Wollen wir mal gucken. Jetzt fällt die Schützung. Wunder mir. Das wär schlecht. Ne, eine Aufgabe haben wir noch nicht. Waschbecken. Ja, kurz zu fix sein. Waschbecken. Perfekt. Perfekt. Wir haben es geschafft. Aber das Waschbecken nicht. Sag nicht die Hunted. War gerade kurz auf 10. Ne. Wir werden halt sterben. War knapp. Was? Ne, tut sich nichts. Aber Waschbecken ist die Frage. Wo wir rausgekommen sind, auf 8. Und dann war's ja 10. Kann jemand die Boxe wieder ausnehmen? Wieso niedrig. Hä? Ja, weil ich die ganze Zeit da drin war. Ich war durchgehend drin. Ja, ich auch. Ich bin Knaller doch auch. Wollen wir noch versuchen, ein Foto von ihr zu bekommen? Also jetzt triggern. Ist das da wie? Du kannst nur, dass sie sich wie eben sehr gerne zeigt. Gut. Sicherung ist schon wieder aus. Sicherung ist aus. Ich hier die anmachen. Kein Problem. Helen Johnson. Ich weiß, dass du hier bist. Zeige dich. Zeige dich. Helen Johnson. Ich bin hier. Ich bin Frank hier. Die Geister sind blöd. Ja, da bist du ziemlich tot. Aber mach. Licht ist an. Vielleicht kommst du hier. Sagst du, dass es sein ist? Denke ich. Denke ich. Denke ich. Was? Ich glaube das. Aber es ist genau so selb. Ist schon wieder raus? Ja, ist schon wieder raus. Doch, ist schon wieder raus. Ist egal. Ich mach's wieder an. Ist schon wieder rein. Zeige dich. Bei Zeichen. Helen Johnson. Ich bin hier. Helen Johnson. Zeige dich. Helen Johnson. Verstecken uns. Holt mich. Und drücken uns den Verstecken. Als ich wieder hole. Helen Johnson. Ich bin hier. Und ich hab Angst. Helen Johnson. Verstecken uns. Verstecken uns. Ich hab's wieder an. Ich hab's wieder an. Ich hab's wieder an. Schon wieder raus? Ich hab's wieder an. Schon wieder raus. Ja. Mach mal wieder rein. Helen Johnson. Heige dich. Helen Johnson. Ich bin hier. Ich bin alleine. Heige dich. Ja. Ich war doch so. Ja gut. Dann räumen wir mal die Bude aus. Oder? Alles klar. Wir sind am Schrank nicht sicher. Die ist am Schrank. Die macht gar nicht die Schranktür auf und wieder zu. Das ich dann stehen wollte. Aber jetzt ist's auf 10. Dann rein in die Bude da. Aber die macht nicht zu. Die muss ja nicht hanten. Nur weil's auf 10 ist. Jetzt ist sie wieder auf 2. Jetzt hantet sie. Ich gereif. Ich gereif instant. Super. Super. Ja. Vielleicht macht ihr aber jetzt ein Waschbecken dreckig. Ne. Ich geh da nicht mehr rein. Ja. Könnt ich schon. Oh. Hoppla. Die läuft hier nicht. Oh. Die läuft hier nicht. Man. Man. Richtig. Aber ganz viel alt. Oh. Pass auf. Die kann ich nicht mehr zu meinem Hand. Dann gehen wir zu nah ran. Ja. Was? Ja. Möchte ich denn noch ran. Wie lange? Ja. Doch geht's. Jetzt gleich hört's auf. Was? Ja weg. Da ich da. Kann ich schon jemanden die Kamera haben oder kommt ihr eh wieder mit rein? Äh. Kann ich meine haben. Warte. Wir gehen mal gucken. Helen Jones. Gib uns ein Zeichen. Wolltest wir erstmal gucken. Funktionieren die Lichter noch? Nee. Natürlich nicht. Helen Jones. Zeige dich. Helen Jones. Zeige dich. Helen Jones. Helen Jones. Zeige dich. Ich bin hier. Ich bin hier. Alles klar. Ich hab's gemacht. Helen Jones. Ein Zeichen. Irgendwo ging grad ein Vibrator glaub ich. Achso. Ich hab's schon fotografiert in der Aktion. Helen Jones. Zeige dich. Helen Jones. Zeige dich. Helen Jones. Helen Jones. Zeige dich. Helen Jones. Zeige dich. Guck mal hier ist ein Waschbecken. Möchtest du das dreckig machen? Gehst du rüber in deinen Schrank? Ja. Ach so was. Du ne Scheiße hier. Ist er jetzt gestorben? Ja. Warte an, mach doch ein bisschen junger. Wie wäre denn schon? Mama. Achso, Handtisch vorbei. Sag doch was. Ich scheiß mir, da stehen die Hose, plötzlich geht meine Türenspalt auf. Ja, warte, und die Stimme, was soll eh halb? Du bist doch eh halb in meiner Tür drin. Ja, wir warten auch im Haus. Helen Jones, zeige dich. Du warst doch halb in meiner Türe drin. Ich geh raus. Oh, warte mal, hier ist ein Stofftier. Was macht ein Stofftier hier? Helen Jones, zeige dich. Oh, guck mal, wie süß. Helen Jones, ich brauche einen Fullruf an dir. Guck mal, wie süß. Ah, du stehst die Brunenpuppe. Total. Alles klar. Ersthaft. Ersthaft. Euer Erd. Euer Erd. 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 Hallo? Willst du mal meinen Hasen kennenlernen? Nee. Der Einzige der vor der Tür steht in sich ein kacktes Akarin. Er ist ja immer. Das ist immer. Zufälligerweise geht dann immer die Türe vor sie ihm zu und er wird rausgeschoben. Immer. Ja, Zufall, ne? Ja, da kann ich ja nix machen. Akarin, soll ich dir mal meinen Hasen zeigen? Barsch auf den gebombst. Das kann man auch zweitlich verstehen. Ist das nicht ein süßes Häschen? Guck mal, machen wir noch ein bisschen Lampe dran? Oh nein, das schmeißt er durch den Gegend. Sag ihn wieder dahin. Muss er hin? Dann bin ich das eh nie wieder. Ey! Er guckt trotzdem. Er guckt nach draußen. Ich ersetzt das Pornokarnickel. Ja. Hier gibt es noch ein paar Pillen. Könnt das hier als Thumbapen. Jones. Wie hieß der Geist? Helene Jones, oder? Ja. 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 Wir sollten halt einfach nur gucken, ob das Wasser da war und nicht sonst was. Das Wasser ist nicht da. Aber es kann die Gelegenheit auch gleichzeitig nutzen und ein Bild versuchen von ihm zu machen, weil das gibt 20 Dollar. Das ist halt nicht durch. Ich hab die Karnickel fotografiert. Guck mal. Siehst du das? Oh, guck mal wie geil das aussieht. Das ist echt gut. Ich hab ein Foto vom Karnickel gemacht. Ja. Sieht echt gut aus. Hat was. Na also. Na also, mit der richtigen Beleuchtung und Raytracing ist das gar kein Problem. Die Spiegeleffekte und so weiter. Jetzt legts auf die Finger. Äh, was? Guck mal, jetzt kriegst du noch eine Fernbedienung zum Spielen. Au. War der falsche. Was? 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 Das kann ich jetzt toppen, ey. Das ist noch nicht euer Ernst. Ich scheide überhaupt nicht. Okay, dann schmeiß ich grad durch den Karnickel durch. Ha! Aber das ist schon. Das ist schon. Da unten auf dem Boden. Was ist denn daran jetzt? Also. Ja, wenn es ist andersrum. Ja, dann. Aber es fällt immer runter. Egal. So, da Karnickel. Viel Spaß. So, wir fahren, oder? Bevor das jetzt hier ausartet. Mega. Was war das jetzt, ein Oni? Ja. Wiedersehen. Unser süßer Karnickel. Ich seh's kommen. Chen sammelt nun Hasen. Ö. Was? Was? Nein. Tue ich nicht. So. Aber. War ne schöne Runde. Wir hören auf. Bis morgen. Tschüss. Ciao. Hau woh bisschen. Sch